Innsbruck ist bereit, die 1000 Athleten sind bereit und wir, die Filznikl-Reportor, sind auch bereit. Heute geht's los mit den ersten Olympischen Jugendwinterspielen 2012 in Innsbruck. Die Fackel ist daheim, wird zu Mittag auf dem Bergislauf getragen und dann geht's los um 17.30 Uhr mit der Öffnungsfeier im Bergislestadion. Seid's dabei, wir, die Filznikl-Reportor, halten euch auf dem Laufhändler. Ciao!